Willa, jetzt die Spiele auf. OG Parkett verpasst und da ist er wieder! Liga hochgekämpft, also gute Antwort nach diesem 8 zu 0. Hedwig ist zurück, war so ein Kandidat angesichts eines guten Spiels, wenn man ihn denn frei bekommt, stark. Und eine andere Seite auszuspielen, wer nimmt den Wurf für Ludwigsburg? Miller, ganz frei, genau das! Ritter hier! Oh, jetzt schon der Zauber, nee, ist das gut zu sagen! Das ist ein schönes Arsch hier! Jetzt kommt noch kein Wurf aus diesem Spiel! Jerry macht's schnell auf der Gegenseite! Wow! Mit Lucic und mit Rubic jetzt gerade zwei auf dem Feld und auch Wimpergen ansetzen. Lockhart, gute Entscheidungsfindung! Isaiah White hits, Sean Miller, die Tue läuft ab. Miller mit dem Abschluss, Miller mit den Punkten! Und den macht er trotzdem! So, die 65er hochrechnen, dann sind wir schon im Bereich. Es ist ein saure Kautersport, ich denke nicht, dass der MBC schon foulen will. Ich hoffe auf jeden Fall noch mal in den Ball besitzt, gute 13 Sekunden. Was das, Pinsen, für euch! Wir sehen mal, versehentlich mit Tren verwechselt, ist auch wieder auch für. Stark nachgegangen, spektakulär! So weit er auf dem Bankett ist, erhöht Ludwigsburg hofft man enorm den Druck. Boah, schöner Block! Lose! Und wieder! Patrick gegen Guineo, Miller gegen Akpum Kokoho. Miller! Ganz frappig! Wir haben den Freier genommen, jetzt die Meditation, schön durchgesteckt! Scharmilla gegen Childs und sie spielt es runter. Er hat jetzt da den wesentlich leichteren Phillips gegen sich, macht die schnelle Bewegung. Fünfte von Tren wechselt! Scharmilla! Ja! Wir haben die Müller mal wieder mit dabei. Mit seinen an vier Fouls, Miller! Rassel ist blockiert. Der Spieler, der die meisten Dreier der Liga nimmt, mit über neun. Und steht damit jetzt bei 16.50. Jetzt ist es, Miller, jetzt ist er. Anderburg, Samo, 5 Sekundi, seit drei Augen knappen, der Kaba-Ukak, Quassistenzia. Die Ludwigsburger hat da vorne eine Herkulesaufgabe hier auswärts bestehen, Miller. Auch Miller, gut gespielt von Ludwigsburg. Vor allem, wenn da die 13. bei Ludwigsburg steht. Das Lob anspiel! Die Ludwigsburg-Gemannschaft, die auch versucht, früh dem Spiel den eigenen Stempel aufzusetzen. Wir haben es gerade gesehen. So, neun der letzten 10 Fliegs, TJ Shox. Jetzt haben wir sie also direkt im Duell. Die beiden Top-Spieler der Teams. Schon. Ludwigska gegen Miller wird geblockt. Schutero, Kaba, Prikutsa. An der Seitenlinie, also jubelt immer wieder auch schon in der Euroleague gegen die Bayern nach erfolgreichem Ablöschen. Was gut geschieht. Müller, der ist nicht erfolgreich. Die beiden brauchen gerade so ein bisschen reinzukommen. Miller mit dem Drive. Das Haft-Verte ist predestiniert. Es gibt schön noch mal, aber sehr gute HeadDefents. Schön, Tragede Spiel. das ist jetzt weiter geht erst mal gut Müller, das Spielfest für Rotenburg. Auch der passt. French is up. Gut gesteckt. So, rein ins Spiel. Erster Angriff läuft für Ludwig Spur. Der Abschuss ist nicht... Njegupre 4 ist mit der Ostalog Povodsch. Ist auch so Treibler aus Wiesburg. Sean Müller auf Tablo. Ludwig Spur, Janky push. The follow-up. Guten Nacht. Goodness, keep that composure. Tries to attack the basket. But it gets rejected. Müller, Kapp. Zum Korb. Da ist Sean Müller. Also ganz spannender Spieler. Vektor Rotenburg. Der wickt heute. Rüber für Suszynskas. Lockhart. Attackiert an Sklauser. Super Pass. Für Sean. Ab raus. Müller ist da. Takmice U. Lodisburgo. Riesenlodisburger Wode jetzt. Lodakmice U. Die Mitte ist frei. Ups. Okay. Das kann man dann schon auch mal. Sonst mit fast 15 Punkten. Zweifel ist der Scorer. Ups. Müller. Lädet auf. Whitehead. Läu. Hier geht's. Vierter Punkt in Devereaux. Gut. Das ist gerade der Bayern. Sean Müller. Dieses Mal ist Entscheidungsfinder. Und die ersten Punkte der Kämpfe. Ach, das geht so einfach. Müller. Denn MHP liegt in Ludw Max, so far Verzeichen. Es ist still time. Und sie werden können hier sein. Müller. Und sie, auch. Müller. Ihre Sch Balk disclgeld Bewong ist seit Megan Stolz. hat schon bei den gästen mit dabei jetzt hier gegen yang geht hoch und das ist zu einfach die wollen sie Können sie ihm aufgeben, aber die sind schwer. Ach, vergeben, aber da ist der Punkt weg. Ein bisschen spät ist der Ball dabei. Oh, das hat Glück. Schornmüller, Ausgleich. Und dann ist der Ball dabei. Der Ball dabei ist ein sehr guter Ball. Der Ball dabei ist sehr stark auf der Lille. Aus dem Sinne des Tanks. Das ist spektakulär und einfach. Sehr gut, das ist der Ball dabei. Der Ball dabei ist ein sehr guter Job. Alle Uptime! Schornmüller. Ausgleich. Schornmüller. So, Whitehead mit 9-point-Schacoliner. Well, and he has done. No. Next time maybe. Strong through, this is Miller! Miller score! Das war ein tolles Spiel. Schön gespürt. Die Gastgeber haben sich an beiden Enden des Feldes gesteigert. Sean Williams. Die Defensive stehen in der zweiten Ende deutlich besser. Das ist eine große Absentee. Nicht, was sie heute brauchen, aber der nächste Mann. Das ist das, was sie sagen. Miller. Oh, die letzte Liga haben. Er hat die zweite geschafft und die nutzt er. Andere Systeme entwickelt und dieser Druckvolle Pressverteidigung so umgehen. Und das ist... Hier geht Miller. Miller mit dem Block. Einiges anbelangt. Abseits des Balls. Dann wieder nach oben. Unter den Kopf. Geiles Match-up für Schischko in dieser Situation. Und Miller aktiv mit dem Stil. Und dem Outleg pass. Und der Dank in der Transition von... Der Presse der Europäischen Union, der zwischen Will und Czerio, ist schon Miller. Nicht, dass er eben auch mal zwei Wochen raus war. Hatte er im Sommer eigentlich keine richtige Pause. Mit ihm vielleicht irgendwann im Jahr... Miller. Hilfe kommt. Und dann der Alley-U-Pass.